Diese beiden Objekte hier sind was ganz besonderes für sich getrennt. Der linke ist ein Würfel und der rechte auch. Aber haben sie irgendwas gemeinsam außer ihrer Optik? In dieser Folge erfahrt ihr es. Mein Name ist Lars und das ist eine weitere Ausgabe unserer Serie der Blender Guide, in der wir euch Woche für Woche neue Blender-Themen erklären und das Ganze sehr anfängerfreundlich verpacken. Und heute geht es um den dynamischen Aufbau von Meshes, um sie für Skyping vorzubereiten. Und hier werdet ihr heute eine ganz neue Art von Objekt kennenlernen, die ihr vermutlich eher selten in Tutorial-Videos seht und auch allgemein insgesamt seltener benutzt wird, als man auf den ersten Blick jetzt denken würde. Wenn dir das Ganze bereits jetzt interessant vorkommt, lass gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, abonnier auch gerne unseren Kanal und aktivier die Glocke auf jeden Fall. Und schreib doch auch mal in die Kommentare, ob du vermuten kannst, was für eine Art Objekt hier gemeint sein könnte. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dieser Folge von The Blender Guide. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem dynamischen Aufbau von Meshes beschäftigen und eben auch Topologien. Hierzu geht es darum, erstmal herauszufinden, was haben denn diese beiden Würfel hier überhaupt gemeinsam und was trennt sie voneinander. Ihr seht bereits oben links durch die Scene-Statistiken, hier haben wir 752 Vertices bei diesen beiden Objekten vorliegen und im Hintergrund haben wir keine anderen Objekte mehr eben, außer dem klassischen Light und der Kamera, die in der Standard-Blender-Szene enthalten sind. Wir haben also hier schon unsere beiden Objekte liegen und wir beginnen mal links. 752 Vertices und wir gehen mal mit Tab in den Edit-Mode. Hier seht ihr, was dahinter sich verbirgt und zwar ein Würfel, der an allen Ecken und Kanten gebevelt wurde. Das heißt also, wir haben hier ganz normal ein Mesh und dieses Mesh hat natürlich Vor- und Nachteile. Optisch sieht es aus wie ein gerundeter Würfel, das ist sehr polygonarm insgesamt, weil wir hier nur die Ecken und Kanten jeweils mit neuen Polygonen versehen haben. Die Flächen selbst hier in der Mitte, aber zum Beispiel die ganz große hier oder die kleineren nach oben oder zu den Seiten laufend hier, haben aber einen Nachteil. Wenn ihr nämlich hingehen wollt und diesen Würfel für Sculpting benutzen wollt, dann ergeben sich die ersten paar Probleme. Denn für Sculpting ohne den Topo ist, wie in der Folge gelernt, Geometrie notwendig. Das heißt, wir brauchen hier Loops, die hier nach unten laufen, die hier entlang laufen und das Ganze um den Würfel komplett drumherum, damit die Flächen eben gleich groß sind. Die benötigte Struktur hierfür können wir natürlich auch über einen Remesh heraus erstellen. Und dafür brauchen wir nichts anderes, als bei den Object Data Properties hier unten auf der rechten Seite den Reiter Remesh aufzuklappen und dort zum Beispiel mit einer Voxel Size von 0,1 eben hier dann im Object Mode Voxel Remesh zu drücken. Jetzt haben wir hier schon insgesamt über 3.500 Polygone in unserer Scene statt nur der 700 und unser Würfel sieht jetzt hierbei aber so aus. Hierbei erkennt ihr jetzt aber auch schon, durch das Vorbeveln und im Nachhinein Remesh anwenden, haben wir hier so komische Kanten an den Ecken unseres Würfels. Das heißt nämlich hier zum Beispiel dieser Knick, den wir gerade hier sehen, an der Stelle hier oben, so hier dieser Bereich, dann haben wir hier diese Linie mit einer Ausbeulung und auch hier sehen wir nochmal klar hervor, dass diese Linie etwas stärker heraussticht. Das hat einen Vor- und Nachteil jetzt in dem Falle, man kann die Topologie weiter korrigieren, aber alle Flächen sind hierbei nicht zwingenderweise gleich groß und das ist eine Eigenschaft, die für Skyping eigentlich ganz gerne vorhanden sein sollte. Alternativ dazu können wir auch hingehen und hier unten das Quad Remesh nutzen, was wir schon kennengelernt haben, aber damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen, denn die Frage ist, wie kriegen wir sofort ein sauberes Mesh, was wir für Skyping nutzen können. Und dieser Würfel, den wir jetzt gerade hier mit Remesh erweitert haben, der ist leider hierfür eine schlechtere Grundlage. Deswegen machen wir STRG Z und gehen mal zurück bis zum Zeitpunkt, wo er normal aussieht, das war das hier. Statt dem linken Würfel hier, schauen wir uns jetzt nämlich mal dieses rechte Objekt hier an. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in den nächsten paar Minuten. Dieses Objekt hier hat viele besondere Eigenschaften im Vergleich zu einem normalen Mesh. Und allein schon bei dieser Aussage kann man sich fragen, ist das denn hier überhaupt ein Mesh? Es sieht wie eins aus, es scheint sich auch so zu verhalten. Wenn wir mal mit Tab in den Edit Mode gehen, dann hingegen sehen wir aber überhaupt nichts. Dann haben wir jetzt nämlich hier nur links stehen, eins von eins Vertices. Kann das so in der Form sein, dass es überhaupt gar kein Mesh ist? Richtig. Dieses rechte Objekt hier, das ist ein sogenannter Matterball in Blender. Und Matterballs sind Objekte, die haben wir hier rechts schon sehen könnt. Ganz wenige Eigenschaften, aber diese paar, die sie hier haben, die machen diese ganz besonders. Um uns die Topologie anzeigen lassen zu können hingegen, müssen wir unseren Modus wechseln. Und zwar wollen wir beim Shading hier oben in den Reiter Viewport Shading wechseln. Hier seht ihr jetzt, dass dieses Mesh, genauso wie der linke Würfel, relativ gleich stark aufgebaut ist an allen Ecken und Kanten. Das heißt, die Flächen, die hier in den Ecken sind, sind circa gleich groß. Kann man auch nochmal schön hier unten gerade sehen. Nur an mancher Stelle hier werden solche Edges generiert. Das ist aber nicht schlimm. Diese Edges, die hier generiert werden, die können wir selbst händisch konfigurieren. Und zwar händisch, wie wir es brauchen. Und hierfür müssen wir zwei Sachen anpassen. Das eine ist hierbei die Resolution im Viewport. Wenn wir diesen Wert runterschrauben, also dass die Zahl kleiner wird, dann wird die Topologie dieses Meshs immer feiner. Und somit gibt es immer mehr Faces, die allesamt kleiner werden. Das heißt, so könnt ihr bei dem kleinsten Wert von 0,05 hier sehen, dass dieses Mesh komplett hochauflösend geworden ist an allen Ecken und Kanten. Und ihr habt hier eine sehr gute Grundlage für Skyping. Das ist eine Sache, wie ihr dieses Mesh anpassen könnt. Vor allem, wenn man jetzt mal links schaut, wir haben 41.816 Vertices. Der Würfel auf der linken Seite hier im Edit-Mode hatte nur 152. Das heißt, dieses rechte Objekt hier hat rund 41.660 Vertices gerade in diesen 2x2 Metern drin. Wir werden jetzt auch mal den linken Würfel direkt über X deliten und uns nur mal auf das Objekt hier fokussieren. Und wir werden diesen jetzt zuerst einmal zurückbewegen zum 3D-Cursor in den Koordinaten-Ursprung, hier links. Und während ich das Ganze mache, schrauben wir erstmal hier die Resolution wieder ein Stück nach oben auf 0,2 und jetzt achtet mal darauf, was bei dem Mesh passiert, wenn wir es bewegen. Ich drücke mal G für Bewegen, X-Achse und achtet mal genau auf das Mesh. Hierbei, mit dem Falle Shift gedrückt, passiert nichts. Bewegen wir es auch so herum, passiert ebenfalls nichts. Aber, das kann sich ganz schnell ändern. Was passiert, wenn wir mal über R rotieren? Dann haben wir hier auch nichts. Und über S skalieren? Fragwürdiges Verhalten, oder? In allen drei Transformationen macht es in diesem Falle nichts. Woran liegt das? Auf der rechten Seite hier haben wir Update on Edit. Wir haben Always, Half, Fast und Never. Das sind die Modi, wie sich die Mesh-Daten aktualisieren sollen, wenn wir es bearbeiten. Wir können es im Edit-Mode skalieren. Dann seht ihr aber hierbei, dass dieses Mesh sich anpasst. Beim Skalieren wird es kleiner, beim Bewegen über G wird es nach rechts verschoben und nach links genauso. Wir können auch über R rotieren. Und das heißt, ihr habt jetzt hier bei diesem Objekt in den beiden Modi komplett unterschiedliche Verhalten, die ihr erzeugen lassen könnt. Wenn ihr euer Objekt nur umpositionieren wollt, verwendet ihr den Object-Mode einmal so. Wenn ihr das Mesh wirklich aktualisieren wollt, und zwar mit diesem einen einzigen Vertex, den wir hier oben eingestellt haben, und den Properties hier auf der rechten Seite, dann könnt ihr hier hingehen und ihn jetzt vor allem hier konfigurieren, über S für Skalieren zum Beispiel. Und jetzt merkt ihr vielleicht aber auch schon eine Sache. Wenn wir im Edit-Mode sind, kommt hier was Neues hinzu in die Properties, und zwar das Active Element. Welcher Type soll es denn sein? Wollen wir einen Würfel haben? Wollen wir einen Ball haben? Wollen wir vielleicht eine Capsule haben? Möchten wir hier unten lieber einen Plain? Oder doch lieber einen Ellipsoid? Oder wie zuvor hier eben unseren Würfel? Und sobald wir die Auswahl hier bestätigt haben, und wir mit Tab wieder in den Object-Mode wechseln, verschwindet dieses Panel hier. Das heißt, wir haben ein Objekt, was wir überhaupt nicht händisch konfigurieren können, aber mit einem einzigen Options-Panel an der rechten Seite alles einstellen können, wie wir es möchten. Und das macht es nämlich sehr machtvoll. Die Resolution hier oben bestimmt nämlich, wenn wir nochmal hineingehen, wie stark hierbei die Mesh-Auflösung ist. Also Resolution Viewport sagt, hier in unserer 3D-Theme, wo wir gerade drin sind, wie groß oder klein sind eben die Flächen in dieser Topologie. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen und den Wert kleiner schrauben, werden es mehr, werden es größer, werden es weniger Flächen, aber dafür größere. Und unten drunter können wir noch einstellen, den Radius des Objektes, der wiederum Einfluss hat auf die Anzahl der Faces hingegen, so nämlich. Und diesen Wert, der Radius, wenn wir ihn mal über S skalieren, achtet mal darauf, welcher Wert sich ändert. Skalieren im Edit-Mode sorgt dafür, dass der Radius des Objektes angepasst wird. Wir haben im Transform-Panel über N hierbei, ja klassisch unter dem Reiter Item hier oben, schon gesehen, es gibt ja Location jetzt hierbei und es gibt die Size. Im Edit-Mode mit S zu skalieren und die Size anzupassen, passiert hier nicht, stattdessen geht wortwörtlich hier der Radius-Wert hoch. Machen wir hingegen im Object-Mode einen Scale, da seht ihr jetzt hier, dass der Skalierung-Faktor ansteigt. Wir können also hierbei anhand der zwei verschiedenen Mode das Objekt konfigurieren. Doch jetzt kommt das Spannendste dabei. Ihr habt gerade schon gesehen, es gibt ja diesen grünen und den roten Kreis. Was haben die zu bedeuten? Erstmal hier oben nehmen wir uns mal den Value des Influenced Rush Holds. Wenn wir den mal in dem Fall verstärken und verziehen, dann sehen wir nur, wie sich das Mesh quasi Richtung Kern, also Mitte des Objektes gebunden wird. Je größer der Wert ist, desto näher an den Mittelpunkt hält er sich, je kleiner, desto schwächer eben. Das ist das da oben. Dann haben wir hier, abseits dessen da unten, den Wert Stiffness. Defines how much of the element to fill. Also, wir schrauben den Wert mal nach unten und machen ihn kleiner. Es passiert so ziemlich genau das gleiche Verhalten. Und jetzt merkt ihr auch, dass der grüne Kreis hingegen nach oben wandert, bis zu einem Maximumwert hierbei von 10. Das heißt, hier können wir mit diesem einen Wert hier unten, in der Stiffness und dem Influenced Rush Holds oben drüber hier, also dem roten Wert basically, können wir die beiden Sachen zusammen anpassen und das Mesh deformen. Apropos die Form, es gibt ja auch verschiedene Modifier, die uns helfen können, das Mesh anzupassen. Nur, merkt ihr gerade was? Während wir den Metaball bearbeiten, der Schraubenschlüssel-Tab hier oben, also dort, wo die Modifier drin sind, der fehlt komplett. Gehen wir zurück in den Object-Mode und machen über Shift-A hierbei ein Mesh und zwar einen Würfel hinzu nochmal, taucht dieser Schlüssel hier oben auf. Und vergleichbar seht ihr auch hier, Vertex-Groups, Shape-Keys, UV-Maps, Color-Attributes, Face-Maps, Attributes, Normals, Texture-Space, Remesh, Geometry-Data und Custom-Properties sind als mögliche Object-Data-Properties gegeben. Und bei den Metaball halt eben möglichen nur diese drei, beziehungsweise im Edit-Mode eben diese vier hier. Nur ist das der grundlegende Unterschied zwischen Mesh und Metaball? Nein, es gibt noch viel, viel bessere Sachen. Und zwar, wir reden ja über den dynamischen Aufbau von Meshes mit Metaballs. Ihr habt jetzt schon gesehen, dass in dem Falle die Änderung im Object- oder Edit-Mode, je nachdem was ihr anpasst, zu einer Mesh-Veränderung führen kann. Aber das Coolste habt ihr noch bei diesen Objekten gar nicht gesehen. Und das zeige ich euch nämlich jetzt. Wir löschen den Würfel, also den normalen Mesh-Würfel. Und wir gehen jetzt hin. Wir schieben dieses Objekt mal einen ganzen Meter oder zwei hier nach rechts weg von dem Object-Origin in der Mitte, meinetwegen bis hierhin. Und jetzt nutzen wir das Shift-A-Menü, um diese Art von Objekten hier, also die sogenannten Metaballs, einzufügen. Shift-A, der vierte Eintrag hier ist Metaball. Und wir schnappen uns zum Beispiel mal hier unten auch wieder den Cube. Dann haben wir diesen hier. Und jetzt seht ihr auch schon gerade hier, ja Moment mal, der linke ist ja hochauflösender als der rechte, wie kann denn das sein? Gute Frage. Das Objekt hier auf der linken Seite, wenn wir es anwählen, markiert jetzt nämlich den rechten mit. Das heißt ja schon, hier ist irgendwas von den beiden Sachen ja geshared. Also irgendwelche Daten haben beide gemeinsam. Wir gucken uns mal an, was damit auf sich hat. Wir klicken hingegen mal links auf den Kreis des Objektes, dass wir wirklich das Objekt in der Hierarchy hier oben angewählt haben. Denn, der Unterschied hierbei ist, die Auswahl erstmal. Wählen wir diese Outline hier aus, wählen wir das Objekt in der Hierarchie hier oben an. Klicken wir auf das Mesh direkt drauf, wird das Objekt detektiert, was als erstes mit M-Ball oder allgemein in der Szene vom Typ M-Ball ist. Nur Achtung, großes Achtung hierbei. Was passiert, wenn wir hingehen und den ersten Metaball umbenennen? Von M-Ball zu zum Beispiel Cube-2. Auf einmal werden beide hierbei deaktiviert. Das heißt, wir haben hier wieder ein merkwürdiges neues Verhalten. Cube-2 ist jetzt ein Metaball, aber er ist unsichtbar geworden. Warum auch immer. Wir nennen mal Metaball 001 um zum M-Ball. Dann taucht er wieder auf. Das heißt, die Idee ist, in der Szene, in Blender, das erste Metaball-Objekt muss M-Ball heißen. Das nachfolgende Objekt unten drunter muss M-Ball 001 heißen. M-Ball 002, 003 und so weiter. Es muss diese Kette erhalten bleiben bei den Objekten, damit wir die alle korrekt hier anzeigen und auswählen können. Wenn wir jetzt nämlich hier links das Mesh anklicken im Vergleich zu vorher, wird nicht mehr hier unser Würfel ausgewählt, sondern hier der M-Ball selbst, weil er sich jetzt als neues Hauptobjekt in unserer Szene reingesetzt hat. In diesem Platz, wo vorher der Cube drin war. Wir machen mal STRG Z und machen das Ganze komplett rückgängig. Also einmal hier, einmal umbenennen wieder und wieder hier hin. Und beide sind wieder da. Jetzt aber Achtung. Das ist nicht die einzige Besonderheit dieser Objekte. Es gibt doch was viel, viel Cooleres. Und zwar, passt auf, egal ob wir jetzt hier links das Objekt zum rechten bewegen oder das rechte Objekt zum linken bewegen, es wird was Schönes passieren. Ich nehme jetzt mal hier den M-Ball, also unseren Würfel hier auf der rechten Seite und nehme mal über G und dann X hier. Und ihr seht schon, ein Meta-Ball nähert sich dem anderen an und der linke wird vom Hauptobjekt beeinflusst, auch wenn er sich hierbei rotiert oder skaliert. Der hat damit alle Eigenschaften gemeinsam. Und jetzt passt auf, wir zoomen mal nach ran und wir bewegen den Meta-Ball näher und näher und immer, immer näher. Und ich mache jetzt mal hier gerade Stopp. So, wir sind jetzt kurz vor diesem Radius hier. Und jetzt wechseln wir mal hier von der Ansicht her, und zwar von dem Wireframe-Shading zurück ins Solid-Shading hier oben. Ihr habt gesehen, wie die Objekte aussahen von der Topologie her. Jetzt Achtung, einmal hier ran zoomen, G, X. Und auf einmal merkt ihr, wir berühren die Grenze des Würfels. Und jetzt hier vorne, zack, baut sich das Mesh zusammen. Das heißt, die Flächen oder die Polygone des rechten Meta-Boards verschmelzen jetzt mit dem linken zu was komplett Neuem. Ihr könnt jetzt also uns hierhin bewegen und den Würfel mit dem anderen überlappen lassen. Ungefähr so in der Form. Und auch nochmal hier sehen, da sind ja mal ganz verrückte Formen entstanden. Und wenn wir jetzt nochmal hier oben in Wireframe wechseln, ihr seht, hier sind jetzt neue Kanten dynamisch entstanden. Zwei Meshes werden zu einem einzigen Objekt. Ihr könnt es zwar mit Objekten, also in dem Falle Meshes, auch mit dem Boolean Modifier machen und die beiden ineinander schieben. Aber ihr werdet niemals eine solche genaue Struktur wie hier haben. Weil selbst wenn die Objekte ineinander hineingehen, versuchen wir die Topologie beizubehalten. Und das ist das Coole hierbei. Wir schieben uns mal nach draußen. Ihr seht, die Flächen von links werden nachgeschoben. Egal wo unser Würfel ist oder wo er sich wieder hintrennt, die Flächen bleiben gleich groß. Und das ist, was ihr für Skyping hier haben wollt. Ihr wollt ein Mesh haben, was an allen Ecken und Kanten und mit jeder Fläche genau die gleiche Größe hat, um daraus ein schönes Base-Mesh für euren Charakter zu bauen. Das heißt, diese Art von Objekt hier, die macht euch den Job komplett. Ihr könnt einfach Meta-Balls ineinander hineinstecken, um zum Beispiel einen Drachen, einen Raptor, einen Menschen, einen Baum, ein Auto oder was auch immer ihr wollt zu bauen und das schon im Skyping nachher damit ausarbeiten. Nur jetzt Achtung, das ist nicht die einzige Eigenschaft, die noch cooler ist, denn ihr habt schon vorhin gesehen, wie wir die Topologie des Meshs einstellen können, also mit welcher Resolution wir in dem Falle hier größere oder kleinere Flächen bekommen. Wenn wir egal welchen von beiden auswählen, also den rechten Meta-Ball oder den linken hier über die Kanten, wir können jetzt hingehen und hierbei die Resolution im Viewport einmal konfigurieren. Und ihr merkt jetzt schon hierbei, dass die Resolution, die wir jetzt hier konfigurieren, einen gewissen Einfluss auf beide hat. So zum Beispiel. Diese gleich große Topologie an dem kompletten Mesh, das gibt euch Möglichkeiten ohne Ende. Und hier war wieder das Stichwort Mesh. Wann ist das Objekt ein Mesh? Es generiert euch nach außen hin ein Mesh zwar, aber noch sehen wir in der Hierarchie hier dieses Ballsymbol, was heißt, ich bin ein Meta-Ball. Und um aus einem Meta-Ball ein Mesh zu generieren, brauchen wir eine einzige Funktion. Mal angenommen, ihr werdet jetzt bei diesem Objekt hier mit der Struktur zufrieden, die ihr erschaffen habt. Dann könnt ihr egal welchen von beiden auswählen, es wird ja sowieso das Hauptobjekt hier oben erzeugt. Und jetzt macht ihr Rechtsklick wie bei den Curves und nutzt Convert to und dann nehme ich hier unten Mesh. Und in dem Moment, wo ihr aus dem Meta-Ball wieder einen Mesh macht, gibt es keinen Weg mehr zurück zum Meta-Ball, außer über STRG-Z. Das heißt, ihr habt alle Grundsachen bezüglich eures Mashes, die Struktur, bereits vorgefertigt, wenn ihr Meta-Balls in der Scene habt. Sobald ihr aber die ganzen Sachen zusammenfügt, ist es vorbei. Und übrigens, das gleiche gilt genauso dann auch, wenn ihr mehr als ein Meta-Ball drin habt, auch wenn sie getrennt voneinander sind. Als Beispiel, wir fügen mal über Shift-A einen Meta-Ball-Ball ein und wir schieben ihn mal ganz weit nach links hier hinten hin. Wir wählen einen aus, machen Rechtsklick, Convert to Mesh und ihr seht schon, aus drei Objekten wird wieder ein einziges und dieser Ball hier, den wir erstellt haben, der gehört ebenfalls zum Mesh dazu. Das heißt, baut nur die Teile auf, die zu eurem Mesh gehören sollten, steckt die zusammen, formt das Ganze als Base-Mesh sehr schön. Andernfalls habt ihr nachher eine schöne Fummelarbeit, mit zwei verschiedenen Meshes zu arbeiten und die dann vielleicht über Bolin oder sonst wie unsauber wieder zusammenzufügen, denn die Topologie von beiden könnte ja verschieden sein. Deswegen gehen wir nochmal zurück, STRG-Z wieder hierbei, wir nehmen wieder alle drei Meta-Boards, wir skalieren nach den linken hier ein bisschen vielleicht, entweder im Objekt oder im Edit-Mode hier einmal hier rüber, wählen dann hier links über die Outline diesen hier mal aus, so gehen wir hier rüber, zack, machen wir hier das Ganze so und schrauben noch hier die Resolution für alle drei wieder entweder nach unten oder nach oben hier in dem Falle. Und wenn wir jetzt wieder hingehen und dann einen von den dreien auswählen, egal wen, nehmen wir mal hier links den, rechtsklick, Convert to Mesh, zack, dann haben wir unser Objekt wieder. Und noch eine wichtige Sache, das ist euch vielleicht gerade schon aufgefallen, habt ihr gesehen, welches Objekt wir als Active Object ausgewählt haben und wo der Object Origin jetzt gerade hin ist? Schaut mal hin. Hier auf der rechten Seite ist gerade der Object Origin und das, obwohl wir hier links das Objekt hier, also den großen Kreis hier, gewählt haben als Objekt für rechtsklick, Convert to Mesh. Der Object Origin springt immer zu dem ersten Meta-Ball in eurer Scene, das heißt also in dem Falle, wir haben ja hier rechts den Würfel gehabt, das hier, und der ist egal, wo er ist, immer Träger des Object Origins. Er könnte hier oben stehen, wir machen rechtsklick, Convert to Mesh, er ist wieder hier oben. Wir machen das nochmal rückgängig, wir schnappen uns den Kreis hier, rechtsklick, Convert to Mesh, der Object Origin wandert immer hier zu dem ersten Meta-Ball in der Scene. Das heißt bestenfalls sollte euer Object Origin natürlich wieder im Mittelpunkt des Objektes irgendwo liegen, als Beispiel hier auch der 3D-Cursor, dort unten könnte er liegen. Wir können das Ganze auch hervorrufen, wenn es ein Mesh ist. Es gab ja schon eine Folge darüber damals, bezüglich, wie man den Origin eines Objektes manipulieren kann. Und auch hier rechtsklick, Convert to Mesh, einmal kurz im Schnelldurchgang hierhin gezeigt. Und jetzt könnt ihr hierbei sagen, nochmal rechtsklick, Set Origin to 3D-Cursor und jetzt ist der Origin wieder in der Mitte des Objektes auf dem 3D-Cursor. Bedenkt jetzt natürlich, ihr habt wieder jetzt hier ein Mesh vorliegen, das heißt ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt Modify drauf machen, ihr könnt es im Scalping verwenden, ihr könnt wirklich seamen, ihr könnt texturieren, was auch immer ihr wollt. Übrigens auch der Hinweis hier, als Meta-Ball kann man es auch nicht im Scalping bearbeiten. Man muss es zwingend also vorher wieder in ein Mesh konvertieren, damit das Ganze hier wieder bearbeitbar ist. Insofern sage ich jetzt schon mal, das war die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe ihr könnt uns was lernen mit dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und abonniert auch gerne unseren Kanal für weitere Tutorial-Videos von Blender und mehr. Und schreibt doch mal auch in die Kommentare, ob ihr hiermit zurechtgekommen seid. Ansonsten probiert gerne selbst mal einen Charakter zu bauen, komplett aus Meta-Boards, in der Grundform ganz grob. Und dann sehen wir uns morgen zu den Blender Creations wieder, wo es dann weitergeht mit einem 3D-Charakter, den wir aus Meta-Boards zusammenstecken. Bis dahin, schaut gerne in die beiden Videos hier rein, bleibt gesund, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.